hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ls 19 auf der schienfelsbrunne ja ich habe in der zwischenzeit die ernte der zug des zuckerrohr abgeschlossen und zwar habe ich jetzt den rest noch vom pferd geholt und jetzt werden wir die maschine zurückgeben so das kippen wir noch ins lager und dann schauen wir weiter den können wir schon mal in die halle stellen so und zwar werden wir jetzt den deutsch gegen den mp tag tauschen der deutsch kann inzwischen das andere weg da hänge ich die sähmaschine dran und ja da 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 ja ich muss noch in control la die 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 so so da 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 Ich glaube, dass ich mit dem Drei-Sammer-Vidat in der Karte schaue habe, dass ich mit dem Drei-Sammer-Vidat in der Karte schaue habe. Äh Hab ich vergessen umsteigen Abonnieren 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 Ich sehe es noch hier. zu wenig Glas vorne auf der Axte glaub ich auch na, sag mal so ja, da war zu wenig Gewicht auf der Axte 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 Was warst du? Was warst du? So, dann ernte ich mich selber. 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 Okay, der ist fertig. So, dann ernte ich mich selber. 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 So, dann ernte ich mich selber.